Der mit Blumenkränzen und Papiergerländen drapierte Saal des Tutzinger Hofs ist kaum zur Hälfte gefüllt. Offenbar ist die Kunde von der sensationellen Begabung der Solistin noch nicht bis ans stille Gestade des Starnberger Sees gedrungen. Vielleicht ist das mangelnde Publikumsinteresse aber auch der drückenden Schwüle geschuldet, die den ganzen Tag über geherrscht hat. Tabaksqualm aus Zigarren, Pfeifen und Zigaretten macht die Luft im Saal noch dicker. Türen und Fenster sind weit geöffnet, doch statt des erhofften Durchzugs schwirren nun allerlei Insekten durch den Raum. Falter, Schnaken und Mücken attackieren mit Vorliebe die nackten Schultern und Dekolletes der Damen, die sich mit Fächern und Programmblättern zur Wehr setzen. Manchmal hört man gedämpftes Klatschen und dann findet sich auf Roxane von Rönne ein Blutfleck oder auf Chansons und Couplets eine geplättete Schnake. Kaiserling und Wedekind nehmen in einer der hinteren Reihen Platz. Je näher der Ausgang, so lautet Kaiserlings Devise, desto kürzer der Fluchtweg. Man kann ja nie wissen, was da kommt. Wedekind klemmt sich das Monokel vors Auge und studiert stirnrunzelnd das Programmblatt. Wenn dieser Hundenesch so gut Klavier wie Präferenz spielt, muss es großartig werden. Ach, hat er dich betrogen, erkundigt sich Kaiserling. Schwer zu sagen, Wedekind zuckt mit den Schultern. Wenn er nicht falsch gespielt hat, dann hat er jedenfalls verdammt gut gespielt. Es ließ sich nicht unterscheiden. Gott, ja, das ist natürlich auch eine Kunst, findet Kaiserling und lächelt in sich hinein. Das Geplauder und Getuschel verstummt als Hundenesch, gekleidet in einen schwarzen Frack, steifleinende Hemdbrust, Stehkragen in silberner Halsschleife, die mit Bouquets geschmückte Bühne betritt, sich vor dem Publikum verbeugt, sich dann wortlos ans Klavier setzt und zu spielen beginnt. Kaiserlings Verhältnis zur Musik ist das eines Liebhabers, nicht das eines Ehemanns. Er gibt sich ihr mit Leidenschaft hin, kennt aber nicht ihre letzten Geheimnisse, weiß kaum etwas von den Tricks und Kniffen, mit denen Komponisten und Musiker die Fülle des Wohllauts erzeugen. In seiner Kindheit gab es auf Schloss Telspader nicht nur Hauslehrer, sondern auch eine polnische Klavierlehrerin. Üblicherweise bekamen nur die Mädchen Klavierunterricht. Als der kleine Eduard es auch versuchen wollte, gönnte man ihm zwar ein paar Probestunden, doch war es mit verträumten Improvisationen leider nicht getan. Er erwies sich als leidlich begabt, war aber derart übungsfaul, dass die Lehrerin es ablehnte, ihn weiter zu unterrichten. Sein Vater nahm das mit grimmiger Genugtuung auf, weil er Kunst mit Dekoration verwechselte, Literatur für etwas Umstürzlerisches hielt und Musik als Weiberkram abtat. Der junge Eduard, dessen poetisches Talent seinen musikalischen Möglichkeiten fraglos überlegen war, begeisterte sich dennoch für Opern und Konzerte, Operetten, Singspielhallen und Varietés. Im Laufe der Zeit wuchs diese Zuneigung ins Leidenschaftliche, weil Schauspielerinnen und Sängerinnen ihm Freuden gewährten, die er den adeligen Fräuleins seines Standes nie abzuverlangen gewagt hätte und von denen diese Fräuleins nicht einmal träumten. Und auch Ada aus Dorphard hatte eine Gesangsausbildung genossen, aber mit Rücksicht auf ihren Mann, den Generalmajor von Krey, auf eine Bühnenkarriere verzichten müssen. Von Musik versteht er jedenfalls genug, um zu wissen, dass Hundenesch recht gut Klavier spielt, wenn auch nicht so gut, wie er gestern Karten gespielt hat. Und Kaiserling weiß auch, was da gespielt wird, nämlich ein Potpourri aus Melodien Jacques Offenbachs. Das ist eine kluge Wahl, um ein schwitzendes Publikum, das nicht auf Mozart oder Chopin wartet, sondern auf Couplets und Chansons in gute Laune zu versetzen. Das ist eine kluge Wahl, um ein schwitzendes Publikum, das ist eine kluge Wahl. Das ist eine kluge Wahl, um ein schwitzendes Publikum, das ist eine kluge Wahl. Das ist eine kluge Wahl.